Vorgekocht wegen Warzone, ja ja klar. Also ist ja auch sauwichtig, dann wenn ich offline gehe, dann geht es ja weiter mit YouTube-Videos und sowas machen. Je mehr man da vorbereitet, desto besser halt, ne? Ist der random markiert? Ja. Ach, dick, ja. Ich land hier. Warum suchst du Quads? Revive? Gibt es nur Quads, glaube ich. Der random hatte die Aesthetik von unserem Team kaputt gemacht. Warum die Aesthetik? Weil die drei Zombies sind. Ah, ja. Skin ist ein guter Call. Ich habe eine Brühne aufgehoben. Kann man ATM. Ich dachte, das war so. Ah, hier, guck mal. Das wird auch wild, wenn es hier mal Late Game gibt. Komm mal her. Guck mal hier unten einfach der Kinosaal. Aber geil irgendwie. Ja, safe. Hier ist ein Zombie, der Pekkepunch unten. Das ist halt so krass, du kennst die Map echt schon ein bisschen durch Zombie einfach jetzt. Ja, aber ich kannte das hier gar nicht. Also wirklich kein bisschen. Wie geil wird Late Game einfach drei Etagen? Ja, Mann. MX Guardian. Was ist das für Rotzloot? Ganz kurz. Hier ist kein Ausgang. Ja, die kannst du entfernen, nur zu Besuch. Die sind, genau deshalb haben wir das so gemacht, weil die wissen, dass... Wie? Nein, das will ich mal angucken. Weil die wissen, dass natürlich manche das nicht wollen. Spanien? Nein. 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 Ich finde Rebirth sehr langweilig. Ja, also null Action. Ja, das ist ja auch sich nicht so. Rebirth gemacht. Oh, das hört sich irgendwie so süß an, wenn man angeschossen wird. Ja, ja, als wäre es gar nichts schlechtes. Die sind auf dem Dach jetzt. Ja, ja. Z-Lock wieder tot. Ich würde da eigentlich gerne hoch, aber ich glaube, es gibt keinen anderen Weg als die Sip-Line, oder? Weiß ich nicht. Wollen wir Sip-Line mal nehmen? Es sind drei Leute oben. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ja, einer ist hier. Wo ist der hin? Ist das noch einer? Direkt ums Eck, direkt rechts ums Eck. Oben noch, jetzt können wir uns zippen. Ja, sieht man. Oh, Sniper, Sniper. Ja, da gibt mich nicht alles gut. Nein, der ist gerade jetzt geschwungen, ne? Nein! Er ist runtergesprungen einfach, mitten im Gunfight. Die Striker 9 vom Boden hat viel zu wenig Muni. Jetzt weiß ich, dass er einem Gegner vorbei glauben will. Oh Mann, du hast nichts getroffen. Hier lag einfach einer, die ganze Zeit hat er runtergehampt. Guck mal hier. Nein, oder? Da ist Sniper, ne? Mit der Signal sogar. Deine Stimme connectet auch nicht. Da ist genug Kunden belustet die dann. Da ist er, auf der Drücke. Will der aufgelandt? Ist der doof? Ich hab grad filmen. Das wär so gut zu filmen. Alle Truppmitglieder sind in der Sicherheit. Weißt du, was unbedingt, unbedingt kommen muss? Ein Shieldbreak Sound, wenn man nen Sniper Headshot gibt. Also das ist so unsatisfying. So ein geiler Crossmap Shot geht das. Und was bekomm ich dafür? Nix. Außer den nächsten geilen Sniper. Franz, kannst du mit reinschneiden. Wo ist er? Wobei ist es wahrscheinlich zu spät sein. Nein, ach, was für ein Timing. No, die safe. Sieht so aus. Ui. Ne, DG, übertrieben geil. Ich netz? Ja, ja. No joke. Es gibt keinen Shieldbreak Sound, kann das sein? Oh, Longbow ist 3-Shot. Ist sogar noch okay. Oh, Digger, perfekt in die Nade von mir reingelaufen. Aber ich hab jetzt nur Buddy-Gehit, ne? 3-Buddy-Shots. Digger, scheiße. Die hat mir zu wenig Rückstoß, die Longbow. Ja, das ist halt wieder. Ne, das ist halt wieder. Zwei Nokia ist auch dritter Pit. Ich hab nur Scheiße hab ich schon. Ah, Longbow ist nicht. Oh gut, ich hab mal ausprobiert. Der Cluster ist natürlich perfekt auf mein Arschlecht gesetzt. Ja, endlich wieder Slide canceln. Das ist auch einfach viel zu. Oben kracht's. Nein. Bro. Oh, geil. Bro, er ist runtergefallen. Er hat so Arme, der Operator ist hochmarkiert. Gute Jagd. Ah, ich wollte nicht an Schock. Oh, Baby. Bro, die Rock, die Rock hier. Von mir. Ah, das ist schon, schon krieg ich nicht hin. Oh mein Gott, die Rock. Bro, es sind drei Stück. Ja, ja. Ach, Bro. Das Nachhinein hat noch zu lange dauert. Oh, Baby. Oh, ich küsse alles. Der ist so ausgerastet, Chris. Echt? Geil. In-Game-Chat halt nicht an. Ich mach jetzt ein Bolt Call. Die DG könnte wirklich krass sein. Ich weiß nur nicht, wie es mit Damage-Dop-Off aussieht. Wo ist er gelandet? Oh mein Gott, man kann so sagen, ich vergesse die ganze Zeit als Stellverwahlfarbe. Man sieht das nicht so gut angezeigt, oder? Doch. Links, unten. Nein, ich mein, wenn man einen toten, wenn man daumen ist. Und der Drohne könnte auch mal weg sein. Jetzt ist es hier weg, genau, weil du es gesagt hast. Ich sage auch, weil du es gesagt hast. Kann auch sein, ja. Kriegst du den bei dir, Phil? Na ja, krass, die, äh, BSP-9 ist komplett krank. Hat jemand eine Muni? Ich kaufe jetzt einer. Euer Tropf befindet sich in der Sicherheitszone. Munition hier! Oh, ich muss ja nur einmal kurz drücken, Schmitte. Was? Was? Wurdest du gekracht? Von dem wurdest du gekracht? Das war die Konterdrohne. Wo ist die Konterdrohne? Null kill. Surprise, surprise. Hey, ich ja, das wäre Revento und noch mehr Kild als du. Hey. Hat jemand wieder den Fars nicht verstanden. Ja, wieder FIFA ein Jahr, schade. Ist doch bei mir hier. Ah, das ist hier. Hör doch mal. Als ob die jetzt hier oben campen. For another array. Feindliche Vorratsstation unterwegs. Der Auferstehung beendet. Keine zweiten Chancen mehr. Ist halt aber auch einfach zu schön hier, ne? Die Vorratskiste Er ist so durchgezogen. Feindaktivität. Ich muss doch ne Sipplein geben, oder? Oh ja. Das ist aber scheiße. Ah, da ist ein Leiter. Was geht bei euch eigentlich? Ich hab so ein scheiß COD-Timing kassiert. Long two shot headshots. Primärziel abgeschlossen. Alle Ziele eliminiert. Das Gas kommt immer näher. Nein, nein, nein. Die Aufklärung ist mehr aktiv. Jetzt ist es endgültig. So dumm. Noch eine Aufklärung in der Luft. Du Scheiße, was ist das? Ohne ist im Einsatz. Aufklärung online. Array be enough. Du, 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 du. Du, 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 du. Kurs für die Geschenken-Kills. Ich muss sie weiter auswirken. Das ist noch nicht aufer. Das letzte Mal hab ich gesagt. Was macht die Salatschube da gerade? Bist du des Wahnsinns? Alter, ist der Weg lang. Nein, 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 nein. Ich lese gleich alles vor, aber kurz geht raus. Genau deshalb braucht man den Dolphin-Dive. Hat gekauft unter euch. Digga, die DG ist wirklich crazy, ne? Ich sag's zu oft, aber... Oh, das ist der Snipe gegenüber. Ja, ja. Wo? Kannst du markieren? Falt markiert. Phil Kaufmarkusen. Ah, ja, klug, sorry. Hattest du eine Sniper? Ah, nee. Wollen wir mal einfach Phil Kaufmarkusen denken. Einige Vorratsstation aktiv. Wenn ich mit Phil einkaufen bin. Ah, nee, nicht witzig. Das war safe, also das letzte Wort wurde 100% gesagt, by the way. Das ist wirklich ass. Also, Teamate schießt auf D-Rock, Bro. Bro, der Box, Bro. Hä, wie geil. Aber er ist eine gute Lobby, oder? Ja, ja. Sniper immer anschießen, der Flinch ist so stark. Letzte Wort wurde noch nicht gesagt. Wie? Das letzte Wort wurde noch nicht gesagt. Bist du dumm. Was machst du denn? Ah, aber warum treffe ich denn? Ah, mein Gott. Ah, Franch ist die DG-Scheiße. Wisst ihr, was mir hier fehlt, Jungs? Der, der, wo ist denn der Ding? Ping hier. Wenn man einen Gegner holt von den Mates. Der ist im Endgame nicht mehr da. Achso. Bom, ihr Gegner hab ich überfallen. Unter dir liegt Chris. Ja, hinter dir aber auch noch. Boah, da sind die mehr wieder langgemoved. Warte mal. Da ist auf jeden Fall einer, Christian. Nur noch 10, der Sieg ist greifbar. Schade, randomly tot. Oh mein Gott, die campen hier zu zweit. Niiiihihi. Nein, D-Rock, das ist mein Kill, den du dir gerade holst. Oh, wie spielt ihr? Ist das Geistesgang, D-Rock. Dass du dich nicht schämst. Du kannst nicht nur Auge machen. Ist das Geisteskrank. Der Typ mit der PDSW. Was hab ich hier wieder gesehen? Chris, hinter dir liegen zwei Stück an der Wand. Wahnsinn. Die seh ich aber nicht von mir, oder? Doch, also, du kannst glaub ich auch die drauf spucken. Echt? Ich hab grade versucht zu gucken. Der liegt auf der Drohne. Der liegt auf der Drohne. Da liegt uns zu zweit. Ah, warte. Ja. Die sieht so, by the way, automatisch aus, wenn du aus dem Gras gehst. Ja. Aus dem Gras. Wenn du aus dem Gras gehst. Echt? Digga, ich warte die ganze Zeit. Wisst ihr, worauf ich warte? Dass die Gas-Toxy sich aufsetzt. Ist das krass. Ja, die setzt sich automatisch auf. GG's. GG's. GG gut, oder? Was? Ja, Digga, geil. Aber für Midrange. Nicht für Long Long, glaub ich. Ich hab'n Long Long. Digga, alles muss man alleine machen hier. Gut festhalten. Digga, wie scheiße das aussieht mit dem Random Soldaten dazu. Ja, und wie scheiße war das, was du Augen gemacht hast auf mich? Der Mann hat Bullkills. So geil. So geil. So geil. Du hast jetzt nicht den Müll, der mir gehört. Was? Da sind sie. Du. Ein und raus. Gut gemacht. Hat man keinen Totenstille? Mh, nicht als Perk. Nee, kannst du aufheben. Tempo und Gewalt sind ein gutes Team. Ja. Da sind wir doch. Ich liebe Scheiße. Was denn? Okay, weil ich vielleicht noch nicht zu... Dann bist du dumm. Die sind auch so dumm, diese... Diese vielleicht wieder verschießbaren Dinger, diese... Ich weiß, was ich meine. Nein. Sieg ohne Gewalt! Er hat... Er hat Sieg ohne Gewalt bekommen. Nein. Es stand bei Aribas, weil der ja nur Kills gemacht hat. Schade, keine 20. Aber geil. GG's. Was ist denn jetzt los Phil? Mehr Damage noch gemacht? Du hast doch so groß geprübelt. Ja, was ist denn hier mit Damage-Word? Hier, guck mal hier auf mein Damage ganz kurz. War es denn großer? Was denn 8000 Damage? Was denn? Er hat 128 Schaden. Das ist ein Longbow-Ass. Ja, ja, ein Longbow-Ass. Oh, 100, haupten Sonnenstimmel. Es heißt, das ist Longbow-Ass, ja.